Sein Vertrauen bedeutet mir schon richtig viel. Ich glaube, es gibt einfach keine anderen Spieler, mit denen er so viel in der Woche redet. Er ist wie eine Vaterfigur für mich. Er sagt mir auch ehrlich, was ich so gut kann und was nicht. Das schätze ich auch bei ihm.